Hallihallo! Willkommen zurück zum Anleitung von Mikzunsen mit Ravaken und Ravakeninnen der locker leichten Unterhaltung. Ja, diese Aufnahme durfte ich jetzt schon vier mal beginnen, weil Camtaser in a hoe ist eine große, 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 dreckige hoe. Fick dich! Der Knopf hat nicht funktioniert! Der Knopf hat nicht funktioniert! Der Knopf hat nicht ficken! Ah, komm schon! I'm twerking! I'm twerking! So, ah, komm schon, komm schon! Schneller! Komm schon! Oh, man! Mir ist gerade aufgefallen, was so eine geile Frisur der Typ hat. Ich meine, wenn man den Stierlern nachstecken würde, dann könnte man damit locker am Pizzle nutzen. Also, ist schon praktisch, wenn man dann das schon ins Fenster vergesst. Also... So, wie komme ich da jetzt hoch? Ui! Ich bin ja sowieso der Bruder so... Ficken! Äh... Ja! Oh fuck! Oh, ich hab nur noch ein Herz. Kiss me, Tette! Ah! Okay, ich bin wiederum. Ich bin wiederum. Ich bin wiederum. Ich bin sicher. Ich bin sicher! Ich bin sicher! Ah! 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 Ich übersteuere bestimmt schon wieder so schön. Und wir können... I'm doomed! I'm doomed! Ah! Wieso kann ich nicht ein bisschen skirm? Da! Ich besche jetzt einfach den A-Knopf. Komm schon! Renn los! Juuu! Wieso ist das Teil eigentlich wieder respawned hier dieses... Fick! Was ist das? Schreibt in den Kommentaren, was ich glaub, dass das ist! Ah! Kommentar geil! Und liked dieses Video, wenn ihr mich birbt! Äh, keine Likes! So! So! Seee! Ich bin sowieso ein sehr kompetenter Letztplayer, also... Alle Spiele, die ich spiele, bin ich der Beste drin, ne? Das... Das bemerkt man ja schon bei diesen... Oh Gott! Ey, wo ist der Viech hin? Ähm, die spawned! Okay! Okay! Game Logic! Hat man nicht sieht? Existiert nicht! Ah! Oh ffffuck me! Oh fffuck me! Oh fffuck me! Oh fffuck me! Fffuck me! Oh fffu! Oh fffuck me! Ey, hier kommt der Skill richtig rauf! Also... Oh... Oh... Rüber, okay, und... Ohh, komm schon, spreng! Okay... Oh ficken! wieso darf der typ mich anhitten zum spaß ok 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 ich könnte noch hier bin nein ich sehe schon für mich leicht verarscht alter verpiss dich ich hab ne karte ich hab ne karte ich hab ne karte ich hab ne karte es hätte ich nicht gedacht dass ich hier wirklich noch ne karte bekommen oh ja jetzt brauche ich noch ganz viele andere ich werde so viel manche mögen das team benennen aber ich nenne das spiel geht sonst nicht durchzuspielen also ich bin wieder wenn ich hier ein bisschen gefördert habe ich will ja ich habe jetzt 40 leben geholt wieso 40 leben weil ich brauche jetzt noch sage ich fick dich wenn er dieses spiel jemals verwendet sehen wollte lebt damit lebt damit euer leben lang so lange könnt ein langes leben so schönes leben sag ich jetzt mal einfach so der fall sagt ich soll hier lang also oh ja 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 ich mal da lang mal gucken vielleicht finden wir die im karte hier irgendwo auf dem weg so wie springt man noch mal runter was soll das denn gibt es irgendwie was gibt es hier was gibt es hier was zeig mal zeig mal wo bist du denn oh nee da wägt man mich hin mal gucken vielleicht gibt es einen weg zurück ja oder das ist ein relativ schneller weg zurück sage ich jetzt einfach mal so ist halt auch so ein bisschen hyper werden muss ich ich glaube ich war jetzt in einer hauptstunde nur damit beschäftigt das zu machen ja so mal als vorzeigen und so ihr könnt ja mal und bekommen dann schreiben so wie viele leben ihr denkt ich noch am ende dieses let's play samberg ich glaube nicht viele aber das ist ja mehr hoffentlich doch gott bringe mich nicht rum teile wollen mich auch immer umbringen verstehst du ich bin auch so eine liebenswerte person ich würde mich ja selbst nie umbringen hoffentlich das kommt einfach nicht gut auf der kd die packen die doch nur dahin um mich zu treuen nur mich zu treuen nur um mich zu treuen weil ich die beste person hier bin also ich bin ja eigentlich bin ich ja der beste in sowas ne ich bin ich bin ich bin ich ja der pro in diesen spielen also wenn ich schon mal plattform spielen die drei ist ja der ist ist extrem schlecht haha pro jump pro jump muss namedö lernen wir ja nein kommt schon übersteuerung mit damit lebt damit euer leben so lange könnt ich renne jetzt einfach durch wahrscheinlich und wieder übersteuert war ja öfters ist ja ist ja kein ding muss sowieso mal ein spiel dran holen und wenn man noch mal ganz teures und schönes und eins wird schon werden ohne mich zu machen ist jetzt schon ein bisschen schwer man so sieht das eigentlich commentary bei ist und so wo geht das hier hin ja was soll die scheiße ich warte jetzt einfach wieso machen die so was motherfucker ich bin so ein pro ich bin das pro der pro so weit sechs wie kommt man runter wie kommt man runter zu weit 5 verarschen sag nicht wie kommt man runter zur welt 5 und so ich muss darunter ich geh mal mit den typen reden vielleicht was der was los ist ja hallo hallo ich bin sehr gut 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 job ich bin gleich fünf und sechs dann ich bin du fünfer sechs also lass mich runter zu fünfer das hab ich gerade versucht auf einmal geht's Fick dich, du Spast! Was? Wie unfair. Fick dich! Was soll das? Wie soll man das machen? Was zur Hölle? Alter. Verarschte? Die verarschen mich doch! Ich guck mal, ob ich einfach weitergegeben... Nein, ich kann nicht weiter zur Sachs. Du kannst halt nichts gegen die Fische machen, wirklich. Also, siehst du ja auch, es waren unter mir. Ja, das ist doch nicht schaffbar. Das ist so eine Verarsche. Ich kann einfach nur versuchen, hier irgendwie... Nee, das geht nicht. Das... Nein! Nein! Wirklich? Es... So... So was... So was... So was ist die Sachen, die mich an diesem Spiel einfach zum Kotzen bringen. Ich hab schon wieder keinen Bock drauf. Und damit... Bis zur nächsten Folge... Und diese wird nur vor zwölf Minuten. Lebt damit! Rage! Tiii! Tiii! Ähm... Doch nicht. Taaah! 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 Viel zu langes Outro! Taaah! Taaah! Ich hasse euch einfach mal hier! Taaah! Bis so 30 Sekunden! Taaah! Weil ich mich da noch fühle! Taaah! 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 escriben!